Wie findest du das Bild? Befremdlich? Ist das schlimm? Sieht das irgendwie missbräuchlich aus? Das ist jedenfalls nicht richtig. Man merkt, dass etwas nicht stimmt. Du wurdest fotografiert, du auch, richtig? Trotzdem glaube ich, dass 99% der Fotos völlig harmlos waren. Das eine Prozent vergiftet alle anderen. Es ist überhaupt nicht schlimm, ich meine, wo soll denn da ein Opfer sein? Du hast ein Hass. Du hast ein Hass auf die Schule und auf mich. Auf dich, du bist mir sowas nicht egal. Ja, aber auf die Schule hast du einen Hass. Auf diesem Pino-Verein, auch da bin ich milder geworden. So mild. Es soll eh längst vorbei. Das ist ein Bild von mir und von früher. Ich bin das. Was redest du da? Welcher Bildermann? Wieso bin ich das? Ich bin da nackt. Wieso? Euren Erfolg und meine Zerstörung. Es reibt mich auf, es äntzt mich weg, es zerfrisst mich von hin! Wieso erinnere ich mich nicht? Woran? Klar, erinnerst du dich. Du doch auch! Wir alle erinnern uns, aber wir wollen es nicht. Das Letzte准 homme! Es ist nicht ganz gut, es ist zu